Norddeutscher Rundfunk Los! Los! Macht ihn doch! Ja! Schade Engel! Abseits! 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 Ah, sauber! Ich glaube, Mathe wollte keine T-Null-Teste spielen. Warum spielt er jedes Ding an? OOOOOOOH! Das war das Dümmste, was der jetzt gemacht hat. Nee, nee! War das ein? Nein! Also dafür, dass uns 10, 11 Leute spielen... Okay... Mal gucken, ob er jetzt nicht loistisch ist. Ich glaube nicht. Spiel mal lieber Abda! Das war nicht. Ab da schießt er, ne? Hatten wir ihn richtig gesehen. Jetzt aber! Baut auf! Baut auf! Wir spielen bei Mitte auf Schöner. Es muss noch ein bisschen regnen und dann gehen die gerne auch vier. Oh, oh! Hey! Komm, hin! Ja, das gibt's doch gar nicht. Ja, jetzt schon. Ja, und wenn ich mit der Schulter in den Zweikampf reinspringe, dann wird das natürlich niemals vorgeschüttet. Ja, war gut, Jungs. Und jetzt schick ihn, schick ihn, schick ihn. Ja. Ja, ist einfach wirklich viel zu warm. Jetzt mach ich rein. Wo will er hin? Ja! Ich glaube, ich hab den Ball und haut ihn rein. Nee, kriegt er nicht. Krische. Weiter, weiter! Oh! Der andere würde der Vorsprung auch nicht sein. Da zieht er sogar die Hände weg. Ja. 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 Pfeift schon in den Mund.